Mein Opa, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen Sie... Eure Sesse Codido Americano? Wie machte ich in meinem Haus, Roddy? Du bist sehr schade. Was haben wir hier? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna! Eine extraña, impredecible! Können Sie... Ich fühle mich wieder wie eine nene, die schwarzen Teile in den Wäldern. Dieser Moment... wird mich in den historischen Bibliothek zusammen mit den größeren Aventurern. Für mich wird es ein anderes Leben. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch Generalstrasse beeindrucken, Erger. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein Zeucher-Coharenten. Kacka, hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na, bitte. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Erger? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich hinzu. Sie kommen gleich hinzu. Sie kommen gleich hinzu. Ja, bitte. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da und ich habe lecker, lecker Fleisch. Das ist wirklich mitgebracht, ja! Gagane, Amerikaner! Gagane! Gagane! Na bitte? Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man einen Monster. Ha! Wollt Sie es auch mal versuchen? Ich stehe her, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Einerblicke! Ah! Oh! Ah! Oh! 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 Uh. Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Das war's. 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 Das war's.